Eine gute Ausbildung verlangt nach Equipment auf dem neuesten Stand der Technik. In den Werkstätten und Labors der WIFIs stehen Ihnen modernste CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen zur Verfügung. Die Maschinenparks beim WIFI entsprechen österreichweit Industriestandards und das Gelernte kann eins zu eins in der Praxis umgesetzt werden. Die CNC-Maschinen, die im WIFI österreichweit im Einsatz sind, finden auch in gleicher Größe und Dynamik bei den österreichischen Unternehmen Einsatz und gewährleisten so die direkte Integrierbarkeit einer neuen Fachkraft für diese Arbeitsbereiche. Die Kursteilnehmer lernen praxisnah an modernen CNC-Maschinen, die dem Industriestandard entsprechen. Neben den technisch auf dem neuesten Stand befindlichen Industrieanlagen gibt es beim WIFI auch moderne Simulationsplätze. Die Computerarbeitsplätze sind mit den gleichen Bedienelementen ausgestattet wie die echten Maschinen. Die Ausbildung findet eben statt auf modernsten Industrieanlagen. Jetzt ist es allerdings so, dass nicht jeder Lehrling eine Industriemaschine, so wie es wir hier vorfinden, hat, sondern die werden auf Simulationsplätzen ausgebildet, auf modernen Simulationsplätzen, wo sie wirklich den Echtbetrieb der Maschine simulieren können und wo wir gleichzeitig bis zu acht Lehrlinge ausbilden können. Auf Computerarbeitsplätzen können die benötigten Programme geschrieben werden. Bevor man das fertige Skript auf die Maschine lädt, wird in einem simulierten Testlauf das Programm auf seine Richtigkeit überprüft. Programmierfehler, die zu Kollisionen und teuren Schäden an den Maschinen führen könnten, werden so verhindert und geben den Kursteilnehmern Sicherheit. Auf unseren CNC-Maschinen sind Monitore angebracht, damit die Teilnehmer in jeder Position sehen, was auf dem Display der Steuerung bzw. im Arbeitsraum passiert. Die Parameter des laufenden Programms sowie der Status der Bearbeitung in der Maschine wird von allen Kursteilnehmern gesehen. Vortragende haben so die Möglichkeit, Anmerkungen, Korrekturen und Erklärungen an laufenden Programmen für alle sichtbar zu machen. Das Wi-Fi bietet mit Lehrern aus der Praxis und CNC-Equipment nach Industriestandard die beste Voraussetzung für eine fundierte, praxisnahe Ausbildung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020